Keine Hymnen, kommt Torchancen, ein Kapper, das Spiel ist ja mit den meisten gelben Karten im ganzen Turnier, das hört sich alles so schön an, 1 zu 0, nur für die Franzosen und so was wird wechseln, ein Profi der in China sein Geld verdient, kommt jetzt rein, das ist erstmal Chavez, ist er Nummer 2, für den vernetzten Mittwochstand ohne gegnerische Eindrücke.